Norddeutscher Rundfunk 2021 Der heutige Tag ist für mich sehr interessant. Es ist mal etwas ganz anderes. Mal zu sehen, was ich hier Jungs drauf habe, sondern auch mit diesen Fliegern, Helikoptern und Drohnen. Das ist etwas ganz anderes, was ich vorher noch nie gehört habe. Für mich finde es sehr interessant, es zu verbinden, dass zwei Sportarten, also eine Sportart und etwas sehr Technisches, das man vorher noch nie verbunden hatte, es ist wie etwas Neues, das man in die Welt des Fliegens einführt. Darf ich hier dabei ziehen? Das ist eine gewisse Ehre für mich. Das ist ein ganz cooles Projekt. Wenn ich sehe, was die Jungs drauf haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein riesiges Potenzial, wie sie filmen können. Ich bin gespannt, wie das Ganze rauskommt und auf weitere Projekte zukommen. Ich habe mich über diese Runde Amea geschüttet. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.